Die letzte Runde macht es. Ja, ja, gut. Ja, als Coda mach ich doch mit Synthese. Ja, wir brauchen vielleicht ein paar mehr. Du musst sieben Schuss drauf haben, musst noch eine weitere Synthese abrufbereit haben, und nur so können wir da rausgehen, sonst macht es keinen Sinn. Ja gut, das kommt ja dann erst später. Da müssen wir halt dann warten. Ja, die meiste Zeit gegen die hier ist ja bei mir dabei drauf zu warten, dass die Scheiß-Abklingzeit so weitergehen. Kleinwaffen, ne? Habt ihr gesehen? Kleinwaffenbonus. Jo. Nehmt was mit Argus-Schaden, da kommen Captains immer auf die Zube an den Gang. Aber Gott sei Dank nur rote, glaub ich. Tja. Komm mal raus, 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 raus. Raus. Keine Kräuter? Wo ist das da? Ah, oder, oder. Oh, oh, bitte. Was? Jetzt, da hinten rechts... Also, jetzt sind wir rumräum. Setz dich eigentlich selbst ja auf, oder was? Ach, weg! Oh shit. Nein, das war schon voll faszinierend, so scheiß Ecke gegen mich. Ja, ich sitze aber jetzt wie ich kacke da, so dumm verkackten Ecke. Oh shit. Oh fuck. Das ist ein Schweber, das ich jetzt erst weiß ich Machst du erst insichtbar, machst du das Atomschnitz da Jetzt kommt er zu dir, weil den in die Wüste noch So, jetzt komm ich wieder raus Aua Aua Wieso? So Ich weiß nicht, ich hab nichts gemacht Ich war drauf nicht Alter, das ist echt viel Schaden Ooooo Ne, das ist viel Schaden Ah, ich muss meinen weg Ah, hinter uns ist einer Was hat er fein gelassen? Was hat er fein gelassen? Oh, der hat den Ambuli fein gelassen Uuuu Ja, ich hab zwei Lass mal oben auf den hohen Punkt hin Kann man dafür doch besser erwischen Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich muss noch nicht mehr Ich bin noch nicht zuhause. Ich bin noch nicht zuhause. Ich kann noch nicht zuhause, aber ich werde nicht zuhause bleiben. Alter! Wooh! Weck das! Granate! Wo ist denn eine Granate über die gewesen? So, ich hab' noch... So, ich hab' noch... Oh, da komm' ich wieder runter... Das ist noch nichts von mir vor... Niedermundi Und ganz viel Spielwandel... Also, die sind ziemlich viele... Da haben wir lieber weg... Da kommt auch gleich ein Schlitzler hoch... Was sieht denn hier her? Wo ist natürlich ein Oberservitor hin? Okay, ich wär' mal lieber nicht da lang... Okay, ich wär' mal lieber nicht da lang... Da kommt der, oder? Na, da war auch einer im Mund... Weg, weg, weg! Aua, aua, aua! Aua, aua! Aua! Die ist mir richtig! Aua! So, Zweischuss Gala... Wo ist der Penner? Da hinten... Da war' ich noch ein bisschen... Aua! Er hat sich noch von mir hingebeamt eben... Er hat sich noch von mir hingebeamt eben... Aua! 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 Da war... Da war' ich elemento! Ah Gott nicht! Es war... Was war's. Oh, ich konnte gar nicht hoffen, das war ein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow. Nein. Wir haben eine Neck. Ich muss wieder weg, da muss ich hier auch gehen. Da kommt die hoch, die Sau. Ja, ich müsste ja ungekehrt werden, ne. Ich muss dich hier holen. Und rennen gleich weg. Ja, nur laufen, nicht springen. Ja, nur einfach mal super, aber diese Schwäbischen Brüder. Ich bin tot, warum bin ich tot? Ich habe gerade Synthese eingesetzt, wieso bin ich tot? Geh mal weg da, geh mal wieder oben auf den hohen Punkt, da könnt ihr ihn zumindest von da oben oder wischen. Äh, es sind zu viele hier. Oh oh. Ja, war einfach knurig. Toll, jetzt habe ich Synthese eingesetzt, ich bin tot. Das würde er eh nicht gewährt werden, ey, super ey. Toll. Wo ist denn der Hauptteil, Vito? Die kleinen Muckel brauchst du an, den kann ich gerade nicht schießen. Galla. Ja. Achtung, back! Laufen, laufen, uuuuhhh. Soll ich keinem sind hier? Das ist scheiße. Ja, ich komm ja vor. Ja, ich, ich lock die beiden mal zu mir. Aua, aua. Nicht durch die Mitte laufen. Ich renne das mal weg. Renn mal im Kreis, renn nochmal weg. So, Entschuldigung, ich probiere dich jetzt wieder zu holen. Hoffentlich klappt das eigentlich. Bin ich gleich, vielleicht sofort wieder sichtbar. Und das ist natürlich ein Packerli. Ajo, warte mal. So. Hä? Moment, Schlag habe ich jetzt nicht gehabt. Aaaaah, kack den Jochpa. Da ist ein Schnittbrown hier vor. Uuuuh, der schießt nicht ab irgendwas. Wo ist denn jetzt der Obermuckel dahinten? Okay, das ist gut überhaupt, ne? Ist gut. Gut. Uuuuh. Oh, fuck. R2 habe ich gerade noch aufgenommen. Bin auch fast draufgegangen eben. Gerade so mit dem Momentschlag gekriegt und dann konnte ich auch zwei gehen. Oh, 1-0. Wo ist denn der Muckel? Wo ist denn der Muckel jetzt? Da ist er. Oh, komm. Ketten. Uuuuh. Uuuuh. Wieder gefallen. Nein. Da war der Drecksfixer. Hatte ich die auch gemacht. Nein. Ah, da stehen sie ja alle. Oh, werde unsichtbar, werde unsichtbar, du blöder Pisser. Ja, jetzt musst du das alles selber machen. Ja, noch ist alles frei. Ja, da ist alles frei. Hinder, hinder, hinder. Nicht springen, nur laufen. Ihr könnt gleich weitergehen zu mir, von mir ist aber ein Käpt'n. Von mir ist ein Käpt'n. Hinder, ich sag, ich wollte unsichtbar werden, der hat mich dann leider mit der letzten Erwischen hat es ja nicht gehabt. Hitler! Großer! Mit wenig Energie! Schießen, schießen, schießen! Bei mir, bei mir, bei mir! Auf der anderen Seite wieder, oder? Oh, da liegt mir der Mundi, ich hör die mal eben. Ja, der transportiert auch. Der Pilotenservitor, Autoreifen. So, ich hoffe meistens, dass wir so ein Teele einsetzen können, dann kommen die gleich wieder ein paar mit. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Jetzt machen wir mal eben ab. Ich hau ab. Erstmal wieder auf der anderen Seite lotten. Ich bin noch 10 Dollar, oder ist das weg. Oh! Ich nehme jetzt den Schnitzer. Oh, was da? Ja, warte. Die hat den Käpt'n weg beschießen. Oh! Oh, das war knapp! Ja, immer springen und schießen, nicht, dass wir dir über die vorlaufen. Weg! 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 Oh! Ja! Irgendwie bin ich noch drauf gelandet! Oh, ich bin auch nicht weg! Laufen! 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 Oh, das war wieder! Oh, nicht gut! Nicht gut, nicht gut! Na, keine Ahnung, hab ich voll vorbeigeschmissen! Out! Kaputt! Gut! Ah, super! Feinde gehen unter! Ihr überlebt! Gut gemacht! Muni, 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 Muni! Zieht euch zur Luft! Ja, so'n Thesen hab ich ja! Vielleicht kommt Solar entflammen, packt euch Solarwaffe rein!